Liebe Bauern, liebe Bauern, aktuell will die Bundesregierung im Kabinett das Aktionsprogramm Insektenschutz bestätigen. Nach dem Beschluss könnte die Vorlage an den Bundestag weitergeleitet werden. Im parlamentarischen Verfahren wird anschließend in Ausschüssen darüber weiter diskutiert, wenn es denn soweit kommt. Gesetze macht letztendlich der Bundestag und nicht das Kabinett. Mehr als 1,2 Millionen Hektar Fläche sind betroffen oder 8 Prozent des Ackerbaus und viele Betriebe werden durch solche Auflagen ohne Ausgleich zwangsenteignet. Diese kalte Enteignungspolitik gleicht einer Planwirtschaft. Pauschale Auflagen und Verbote helfen nicht, nein im Gegenteil, sie zerstören erfolgreiche bereits bestehende Lösungen in den Bundesländern, wie zum Beispiel Niedersachsen oder auch in Baden-Württemberg. Wir brauchen euren Widerstand gegen das Aktionsprogramm Insektenschutz. Und es ist richtig und wichtig, alle Aktionen, die in diesem Zusammenhang organisiert werden, zu unterstützen. Neben den Protesten in Berlin wird es regionale Mahnwachen zum Beispiel in Bonn, München oder auch in Gießen geben. Und natürlich sind auch weitere Formate erwünscht. Wir stehen alle zusammen und sagen Ja zum Insektenschutz. Wir brauchen Kooperation und keine existenzgefährdende Ordnungs- und Verbotspolitik. Wir Landwirte können Umweltschutz und Klimaschutz. Aber dieses geht nur mit einem finanziellen Ausgleich. Sonst verlagert sich unsere Ernährung lediglich ins Ausland und verlagert dies mit unabsehbaren ökologischen Folgen. Die Wahlkampf- und Symbolpolitik auf Kosten der deutschen Landwirtschaft von Frau Schulze und ihrem Staatssekretär Flassbart zerreißt jedes Band für eine zukünftige Struktur gemeinsamer Gespräche. Warum, Frau Schulze, bieten Sie uns Ihren viel prophezeiten Gesellschaftsvertrag nicht an und erklären uns deutschen Landwirten, wie wir in Zukunft von unserem Beruf, von unseren Betrieben leben sollen? Warum, Frau Schulze, führen Sie kein Gespräch mit uns? Warum organisieren Sie an allen Berufsverbänden vorbei der Landwirtschaft ein Programm, das jede Vertrauensgrundlage zerstört? Wir appellieren an alle Kabinatsmitglieder und an unsere Bundeskanzlerin, diesen Vertrauensbruch zwischen Landwirtschaft und Politik nicht zuzustimmen. Gemeinsam sind wir stark!